Pilgerfahrt nach Süden Chaitanya Charit Amrita, Madhya Lila 9.2-316, 9.3-345 Die südindische Reise Brabus ist außerordentlich ungewöhnlich. Sein Blick fiel auf tausende von heiligen Städten. Durch seine Berührung wurden diese Städten zu ganz großen heiligen Orden. Und unter dem Vorwand des Besuchens der Heiligtümer rettete er die Menschen des betreffenden Landes. Prabhu zerstückelte die Meinung der Vertreter des Systems der Logik und derer, die in Erfüllung der gebotenen Pflichten das Heil sehen, Karma Mimamsa und der Anhänger Shankaracharyas und des Sankhya-Systems und des Patanjali-Yoga. Und derer, die ausschließlich dem Gesetz folgen wollen, Smarta und der Anhänger der Shiva-Puranas. Da kamen Heretiker, die von Prabhus Gelehrsamkeit gehört hatten, voller Stolz zusammen mit ihren Jüngern. Der Acharya der Buddhisten, ein großer Gelehrter in seiner eigenen neuen Philosophie, kam zu Prabhu und fing an, gewaltig zu argumentieren. Obgleich die Buddhisten Leute sind, die des Ansprechens und Anblickens unwürdig sind, sprach Prabhu mit ihm und zerstückelte seinen Stolz. Ein Sri Vaischnava, Fußnote 484 Die Sri Vaischnavas verehren Narayana und Sri ist gleich Lakshmi, seine göttliche Macht der erkennenden Liebe als Zentrum allen Seins. Sie gehören der Bhakti-Strömung Ramanujas an. Ein Sri Vaischnava namens Sri Venkata Bhatta lud Prabhu zum Essen ein und ehrte ihn sehr. Nachdem er Prabhu gespeist hatte, bat er ihn, Die vier Monate der Regenzeit stehen bevor. Halte dich bitte diese vier Monate bei mir auf. Sprich von Krishna und errette mich. Prabhu blieb in seinem Hause und verbrachte die Zeit im Rasa der Berichte von Krishna. In der Gesellschaft Bhatta verbrachte er fröhlich die vier Monate. In diesem Weihekreis wohnte ein Brahmane, der ein Vaischnava war, und der in den Tempel kam und die Gita rezitierte. In Ananda versunken, las er die 18 Kapiteln, aber fehlerhaft, und die Leute verspotteten ihn. Während einige lachten und einige ihn beschimpften, fuhr er mit dem Lesen der Gita fort, kümmerte sich um nichts, war ganz versunken, und sein Geist war von Freude erfüllt. Mahabrabhu fragte ihn, Hört, ehrwürdiger, welche Worte sind es, deren Bedeutung euch so viel Freude verursacht? Der Brahmane sagte, Ich bin ein Narr und weiß die Bedeutung der Worte nicht. Ich rezitiere die Gita recht und schlecht, weil ich den Befehl meines Guru ausführen will. Krishna sitzt auf dem Wagen Arjunas, die Zügel in der Hand, Shiyama Farben In Klammer, wie die ersten Wolken an Beginn der Regenzeit. Shiyama Farben und schön. Zu Arjunas Heil gibt er die Unterweisung, und wenn ich das sehe, so versinke ich in Ananda. Solange ich lese, sehe ich das, und deswegen vermag ich das Rezitieren der Gita nicht aufzugeben. Prabhu sagte, Du hast die Befähigung zum Rezitieren der Gita, und du weißt die wahre Substanz des Sinnes der Gita. Fusnote 485 Das eigentliche Ziel der Unterweisung der Bhagavad-Gita besteht darin, zum tatsächlichen Anblick Krishnas zu führen und damit zur Möglichkeit, ihm unmittelbar zu dienen. So sagte Mahabhubu und umarmte den Brahmanen. Dieser ergriff Prabhus Füße und weinte und sagte, Wenn ich dich sehe, habe ich doppelt Freude. In Klammer Verglichen mit der Freude, wenn ich Krishna auf dem Wagen sehe. Dieser Krishna bist du. So dünkt mir. Durch das Aufleuchten Krishnas beim Lesen der Gita war sein Geist lauter geworden. Deshalb vermochte er das Wesen Prabhus zu erkennen. Chaitanya verbringt die vier Monate der Regenzeit im Hause Bhattas. In vertraulichen, oft von Spaß durchwobenen Gesprächen mit dem Freund erfolgt eine große Auseinandersetzung mit der Bhakti-Strömung Ramanujas, die in Narayana den Ur-Gott und in Krishna nur dessen Teilaspekt sieht. Scherzend fragt Chaitanya seinen Gastgeber, wieso es dann komme, dass Lakshmi, die Shakti und treue Gattin Narayanas sehnsüchtig begehre, Krishna in Vraja zu dienen. Aufgrund von Strophen aus dem Bhagavatam macht Prabhu ihm auf vielfache Weise klar, dass Narayana, Gott in seiner Allmacht und Majestät, nur ein Teilaspekt Krishnas sei und dass Lakshmi trotz aller Askese nicht vermöge, zu Krishnas göttlicher Lieblichkeit in Vraja zu gelangen, da sie nicht bereit ist, sich in dienender Liebe den Gopis zu unterstellen. Chaitanya sagt, Lakshmi verlangt, in ihrer eigenen Gestalt mit Krishna zusammenzukommen und sie verehrt ihn nicht in Unterordnung unter die Gopis. Bata sagt, du hast mir Gnade erwiesen und mir von Krishnas Größe berichtet. Niemand erfasst ganz das Wesen seiner Gestalt, seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit. Niemand vermag es restlos. Jetzt weiß ich, dass Krishna, Bhakti zu Krishna, an der obersten Stelle steht. Bata sagte so und fiel zu Brausfüßen nieder und Prabhu erwies ihm Gnade und umarmte ihn. Die vier Monate der Regenzeit waren zu Ende. Er bat Bata um Erlaubnis und ging nach Süden. Gaurahari ging zum Rishabda Berge und schaute dort Narayana und verehrte und pries ihn. Dort weilte Paramananda Puri für die vier Monate der Regenzeit. Fußnote 486 Paramananda Puri ist ebenso wie Chaitanyas eigener Guru Ishvara Puri ein Schüler von Mata Vendra Puri. In der Krishna Lila ist Paramananda Puri Krishnas Freund Udhava. Dort weilte Paramananda Puri für die vier Monate der Regenzeit und als Mahaprabhu das vernahm, ging er zu ihm hin. Prabhu begrüßte erbietig die Füße Puri Goswamis und dieser umarmte ihn voll Prema. In Prema waren beide drei Tage gemeinsam ins Spiel der Berichte von Krishna versunken. Sie wohnten im Hause desselben Brahmanen. Prabhu sagte, ich werde in Kürze von Setobanda der Südspitze Indiens zurückkommen. Ich habe den Wunsch bei dir zu bleiben. Bitte habe Gnade zu mir und komme nach Nilachala. Also nahm Prabhu mit seiner Erlaubnis Abschied und ging in Freude südwärts. In Südindien ist Prabhu Gast eines Brahmanen, der in Raganuga Bhakti versunken, Rama und Sita dient und verzweifelt ist, dass in dieser Lila der Dämon Ravana die Chitschakti Gottes Sita rauben konnte. Prabhu belehrt ihn, dass dieser Dämon nur ein Schattenbild der wahren Sita erbeutete und bringt ihm später ein Blatt aus einer Handschrift des Kurma Puranam als Beleg. Dann kam er ins Malar Land, wo sich die Batamaris aufhalten. Diese sind Sanyasis des linken Pfades, eine vom Gunatama beherrschte unmoralische Tantra-Sekte. Bei dem Goswami Chaitanya befand sich der Brahmane Krishnadas. Dieser sah die Frauen und den Reichtum dort und wurde von Begierde erfasst und die Gier verursachte, dass die Urteilskraft des edlen, schlichten Brahmanen zerstört wurde. Am frühen Morgen stand der Brahmane auf und ging zum Hause des Batamaris. Um seinet Willen ging Prabhu schnell hin und er sagte zu dem Leiter aller Batamaris, Warum behältst du meinen Brahmanen bei dir? Du bist Sanyasi und ich bin Sanyasi und dass du mir Leid zufügst, halte ich nicht für richtig. Als sie das hörten, ergriffen die Batamaris ihre Waffen, stürzten von allen Seiten herbei, um Prabhu zu töten. Doch die Waffen fielen ihnen aus der Hand und auf sie selbst. Die ganze Gruppe der Batamaris wurde zersplittert und sie liefen alle fort. Im Hause der Batamaris erhob sich lautes Weinen. Prabhu ergriff den Brahmanen bei den Haaren und zog ihn mit sich fort. Fußnote 487 Radha Govindanath führt in seinem Kommentar aus, dass Krishnadas, der den Wasserkrug Mahaprabhus trug und ihn auf der Reise behüten durfte, einer der ewigen Begleiter Chitannes ist, ohne Begehren. Diese lila Prabhus mit Krishnadas soll zeigen, dass auch Adepten, die eine sehr hohe Stufe erlangt haben, Sorge vor der Verführung durch Frauen und Geld haben sollen. Am selben Tag ging Prabhu zum Ufer der Payasvini, badete dort und ging zum Tempel Adi Keshavas in Klammer Krishnas. Er schaute Keshava und von Bremer überwältigt fiel er oft nieder, rezitierte Hymnen, tanzte und sang. Die Leute dort waren sehr erstaunt, als sie diesen Bremer sahen und sie kamen alle, um Prabhu zu begrüßen. Er hatte Gespräche mit den großen Bhaktas und es war dort, wo er das Kapitel aus der Brahma Samhita fand. Fußnote 488 Die Brahma Samhita gehört innerhalb der heiligen Urkunden der Hindus zur Gruppe der Pancharatras. Ursprünglich hatte der Text 100 Kapitel, doch nur das von Chaitanya aufgefundene 5. Kapitel ist erhalten. Als er die Blätter bekam, war Prabhus Ananda grenzenlos und Veränderungen wie Zittern, Tränen, Schweiß, Erstarren und Haare sträuben traten auf. Es gibt kein philosophisches Shastra, das in Erkenntnis der Brahma Samhita gleich wäre. Es vermittelt Wissen von der Größe Govindas. Mit knappen Worten spricht es unermessliche Erkenntnisse aus. Von allen Vaischnava Shastras ist es die höchste Essenz. Mit großer Sorgfalt schrieb er das Manuskript ab und kam in Freude nach Ananta Padmanabha. Zwei Tage schaute er Padmanabha und kam in Ananda zu Sri Janardana. Zwei Tage lang tat er dort Kirtan und tanzte. Dann kam er nach Pajosini und schaute Shankara Narayana. Beide Gottesaspekte in einer Gestalt. Dann kam er zum Sinhari Mata Sinhari dem Orte Shankara Acharyas. Kam zum Matsya Tirta und badete in der Tunga Badra. Dann kam er zum Orte Madhva Acharyas, wo die Tattvavadis sind. Als er den Udupa Krishna sah, wurde er vom göttlichen Wahnsinn des Prema Prema und Madha erfüllt. Fußnote 489 Udupa Krishna ist die Bildgestalt des tanzenden Bala Gopala, Krishna als Kind. Die Tattvavadis sind Anhänger Madhva Acharyas. Nach ihrer Meinung ist die Welt und Gott ebenso real wie der Atmer und keine der drei illusorisch. Die Gesamtheit dieser drei nennt man Tattva und die Vertreter dieser Anschauung Tattvavadis. Die Tattvavadis hielten Bravo für einen Majavadi, in Klammer Anhänger der Illusionstheorie Shankara Acharyas. Und als sie Bravo zuerst sahen, begrüßten sie ihn überhaupt nicht. Als sie dann seine Versunkenheit in Bremer sahen, waren sie höchst erstaunt und erkannten ihn als Vaishnava. Gaurachandra sah, dass sie alle innerlich voll stolz waren und deshalb fing er an, mit ihnen Gespräche zu führen. Der Acharya der Tattvavadis war in den Shastras, wohl bewandert. Und Bravo fragte ihn wie ein erbärmlicher Wicht. Ich weiß nicht recht Bescheid in Bezug auf das Ziel und den Weg zum Ziel. In Klammer Sadhya und Sadhana. Lehrt mich, was das köstlichste Ziel und der köstlichste Weg ist. Der Acharya sagt Dedikation aller Pflichten gemäß der Kaste und dem Lebenstand Varna Ashram Dharma ist der köstlichste Weg des Krishna Bhakta. Das köstlichste Ziel ist das Kommen nach Vaikuntha nach Erlangung der fünffachen Mukti. Das ist das, was die Shastras sagen. Fusenote 490 Fünffache Mukti Erstens im gleichen Reich wie Bhagavan zu wohnen. Zweitens gleiche Macht wie er zu haben. Drittens gleiche Gestalt. Viertens in seiner Nähe weilen und fünftens völlige Absorption. Prabhu sagt Die Shastras sagen Hören und Singen von Gottes Lila Shravana und Kirtana sind der köstlichste Weg zur Erlangung der Frucht des Dienens nämlich von Brema zu Krishna. Vergleiche Bhagavatam 7.5 Punkt 23 bis 24 Aus diesem Hören und Singen entsteht Brema zu Krishna. Das ist das höchste Lebensziel. Ja die höchste Spitze des höchsten Lebensziels. Vergleiche Bhagavatam 11.2.40 Alle Shastras sprechen vom schließlichen Aufgeben der Karma Pflichten und sie tadeln die Pflichterfüllung um des Lohnes halber. Aus Karma kann sich niemals Prima Bhakti zu Krishna ergeben. Fußnote 491 Karma ist die Erfüllung der Pflichten als Mensch aus selbstischen Motiven. Die Bhaktas verzichten auf fünffache Mukti. Sie halten Mukti Befreiung für etwas ganz Niederes und der Hölle gleich. Die Bhaktas verzichten auf beides Karma und Mukti. Versucht ihr mich zu täuschen weil ihr in mir den Sannyasis seht? Diese beiden Karma und Mukti sind nicht Ziel und nicht Weg der Vaishnavas und doch habt ihr diese beiden als Ziel und Weg dargelegt. Als der Tattva Acharya das hört schämt er sich im Herzen und war verwundert als er Brabus Bhakti sah. Der Acharya sagt Was du sagst ist die Wahrheit denn aufgrund aller Shastras kommen die Vaishnavas zu diesem Schluss und doch ist Madhva Acharya zu dem Schluss gekommen dass Mukti das Ziel ist und weil wir zu seiner Traditionsfolge gehören verhalten wir uns seiner Schlussfolgerung entsprechend. Brabus sagt Karmis und Janis beides sind Bhaktilos und beider Kennzeichen finde ich in eurer Traditionsfolge Aber eine sehr gute Eigenschaft finde ich in eurer Traditionsfolge Ihr seid euch klar darüber dass die Gestalt Gottes real ist Auf diese Weise zerstörte er den Dünkel in ihrer Traditionsfolge Dann kam Gaurachandra nach Pandu Pur und als er Vitala Takur schaute war er voll aneinander Fußnote 492 Vitala ist heute als Vitoba bekannt Marathi Name des vierarmigen Naraina Versunken in Bremer tanzte und sang er viel Alle waren erstaunt als sie Brabus Bremer sahen Dort lud ihn ein Brahmane zum Essen ein Er speiste bei ihm und vernahm eine glücks verheißende Botschaft Madhwapuris Schüler namens Shri Rangapuri hält sich im Hause eines Brahmanen in diesem Dorfe auf Fußnote 493 Madhavendra Puri der Guru seines eigenen Guru Ishvara Puri Als Prabhu das hörte ging er um ihn zu sehen und sah ihn im Hause des Brahmanen sitzen Versunken in Bremer fiel er ihm ehrfürchtig zu Füßen Haare sträuben Zittern und Schweiß zeigen sich auf seinem ganzen Leibe Als Shri Rangapuri das sah ergriff ihn Staunen und er rief Steht auf steht auf schrieb Hada schrieb Hada ich komme zum Schluss dass ihr eine Verbindung zu meinem Goswami Guru haben müsst Denn sonst lässt sich der Duft eines solchen Bremer nicht finden Und er ging hin hob Prabhu vom Boden auf und umarmte ihn Beide lagen sich um den Hals und weinten Nach einer Weile tauchten sie aus ihrer Versunkenheit auf und wurden wieder gefasst Prabhu teilte ihm mit welche Verbindung er mit Ishwarapuri hatte Beide verbrachten Tag und Nacht im Berichten von Krishna Auf diese Weise vergingen fünf bis sieben Tage Von Rangapuri hörte Chaitanya von seinem verschollenen Bruder Vishwarupa und dass er an eben diesem Ort den Leib abgelegt hatte Dann kam Mahabrabhu an das Ufer der Krishna Venva und er sah dort verschiedene Heiligtümer und Tempel Gottes Die Brahmanen dort pflegten die Lebensweise der Vaishnavas Alle Vaishnavas lasen dort das Krishna Karin Amrita Fußnote 495 Sanskrit Werk des Krishna Bhakta Bilva Mangala Der Autor des Chaitanya Charit Amrita schrieb einen Kommentar darüber Die meisten Strophen sind Radha in den Mund gelegt Der Kommentar in Mittel Bengali mit dem ersten Teil des Dichtwerks der von Chaitanya aufgefunden wurde herausgegeben von Gaurakishor Goswami Vedantirta Kalkutta 458 nach der Geburt Chaitanyas 1943 Es gibt auch Ausgaben des gesamten Dichtwerks das drei Tage umfasst und aus dem elften Jahrhundert stammt Als Bravo das Karin Amrita hörte war er voller Freude und mit Begeisterung schrieb er das Buch ab Es gibt in den drei Welten nichts das dem Karin Amrita gleich ist Aus ihm ergibt sich das Wissen von lauterem Krishna Brema Diejenigen der ununterbrochen das Karin Amrita liest erkennt den Höhepunkt von Krishnas harmonischer Schönheit und Lieblichkeit und seiner Lila Wie zwei große Schätze nahm Bravo die beiden Bücher die er erhalten hatte die Brahma Samhita und das Karin Amritam mit sich Er sah die vielen Heiligtümer und die Sabta Godavari und kam wiederum nach Vidya Nagara Als Rai Ramananda hörte dass Mahaprabhu gekommen war eilte er voll Ananda herbei um Prabhu zu treffen Prabhu erzählte ihm alles von seiner Pilgerfahrt und gab ihm die beiden Handschriften Karin Amritam und Brahma Samhita Prabhu sagte Die Philosophie des Bremer die du ausgesprochen hast wird von diesen beiden Handschriften als Zeugen bestätigt Rai war voll Freude als er die Handschriften bekam er besprach sie mit Prabhu und schrieb sie ab In höchstem Ananda vergingen fünf bis sieben Tage beide verbrachten Tag und Nacht mit Gesprächen über Krishna Da sagte Ramananda Prabhu mit deiner Erlaubnis habe ich an den König geschrieben und ihn gebeten und er hat mir die Anweisung gegeben nach Nilajala zu gehen und ich bereitete alles für die Reise vor Prabhu sagte deshalb bin ich ja hierher gekommen und ich werde zusammen mit dir nach Nilajala gehen Rai sagte Prabhu geh du nach Nilajala voraus mit mir geht eine lehmende Schar von Elefanten Pferden und Soldaten und es wird etwa zehn Tage dauern bis ich alles geordnet habe ich werde also erst nach deiner Abreise aufbrechen können Mahababu gab ihm die Anweisung ihm nach zu kommen und ging in Ananda nach Nilajala und zwar auf dem selben Weg auf dem er früher gekommen war und die Vaishnavas die ihn früher gesehen hatten sahen ihn auf dem Weg wohin er auch immer ging erhob sich lautes Hari Hari rufen und Gauraharis Geist füllte sich mit Ananda In Alalanata angekommen schickte er Krishnadas um Nityananda und seine anderen eigenen Leute rufen zu lassen Nityananda machte sich schnell auf als er von Prabhus kommen hörte und konnte sich in seinem Prema kaum beherrschen Jagat Ananda Damodar Pandit und Mukunda liefen vor Freude tanzend herbei ihr Leib vermochte den Ananda nicht zu fassen Gopinath Acharya kam voll Glück und sie trafen sich mit Mahabubu auf dem Wege in Brema versunken umarmte Prabhu alle und in Brema versunken weinten sie in Ananda Sarvabhumabhat Acharya kam in Ananda und traf Prabhu am Meeresstrand er fiel Mahabubu zu Füßen und Prabhu hob ihn auf und umarmte ihn als sich in Trennung von ihm die Sehnsucht aller bis zum Äußersten gesteigert hatte gerade da kam Mahabubu aus dem Süden zurück in Klammer Madhya Lila 10.13.10.25 Krishnadas welcher der Versuchung durch Weiber und Gold unterlegen war wird von Chaitanya verstoßen Doch die Gefährten Brabus treten für ihn ein und bewirken, dass er mit der beglückenden Nachricht von der Rückkehr Chaitanyas nach Bengalen ins Sand wird und dadurch der Mutter Chaitanyas und den Baktas dort einen großen Dienst leisten darf.